Wagner Security. Mit jahrelanger Erfahrung und hoher Fachkompetenz bieten wir ein breites Leistungsspektrum rund um Ihre Sicherheit. Unter der Leitung von Markus Wagner, Meister für Schutz und Sicherheit und ehrenamtlicher Richter, bietet unser Unternehmen gut geschultes Sicherheitspersonal, das auch zum Tragen von Waffen berechtigt ist und jede Herausforderung souverän meistert. Zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten zählt der Werks- und Objektschutz inklusive der Übernahme von Brandschutzaufgaben und Präsenz rund um die Uhr. Neben dem Objektschutz übernehmen wir auch Spezialaufgaben, wie den zuverlässigen Pfortendienst von sensiblen Einrichtungen, zum Beispiel in Kinder- und Jugendheimen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Veranstaltungsschutz. Vom kleinen anspruchsvollen Event mit Doorman und Empfangsdienst im dezenten und gepflegten Outfit bis hin zu Großveranstaltungen, für die wir in enger Abstimmung mit unseren Auftraggebern das optimale Sicherheitskonzept entwickeln und umsetzen. So können wir von der professionellen Einlasskontrolle bis zum Veranstaltungsende einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Wir reagieren immer flexibel auf die Wünsche unserer Kunden, zum Beispiel mit ihren Firmenlogos auf der Bekleidung unseres Personals. Darüber hinaus denken wir an die Zukunft und engagieren uns sowohl im sozialen Bereich wie auch für die Sicherheit unserer Kinder. Wagner Security – wir beschützen, was Ihnen wichtig ist.